Donnerstag, der 23. Dezember 2021. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video am Vortag vor Heiligabend. Zum vorletzten mal öffnen wir heute das Döchen und beginn macht der Wiedel Adventskalender und da kommt eine Lokomotive zum Vorschein beim ersten Teelgut Adventskalender. Seht ihr schon, muss sich etwas trägsen. Kommt eine Sternschnuppe zum Vorschein beim Aldi Adventskalender. Seht ihr ja auch etwas trägsen. Genau zu sehen ist nicht, was es ist. Deswegen lasse ich mal ein bisschen einwirken. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Dasselbe kommt ja nun auch beim zweiten Teelgut Adventskalender raus. Sag ich mal bitte like das Video, lasst ein Abo da. Wir sehen uns dann morgen.